Die im Sommer gestartete Umfrage zur Verbesserung des Schulessens in Cottbus wird bis zum 31. Dezember verlängert. Um das Schulessen attraktiver zu gestalten, benötigt die Stadt die Mithilfe der Lehrenden, Lernenden und deren Eltern, damit auf die richtigen Dinge geachtet werden kann. In der Umfrage wird unter anderem nach der Verwendung regionaler Produkte, täglich wechselnden Menüs, der Preisgestaltung und den Portionsgrößen gefragt. Mitmachen sollen alle, die Essensangebote an Schulen nutzen, denn aktuell haben 800 Personen teilgenommen und mindestens 1000 sollen es werden.